Achtung! So, Herren! In dieser Lektion werden wir lernen, wie man eine Granate wirft. Dieses ist eine Handgranate. Sie besteht aus zwei Elementen oder auch Bestandteilen, nämlich aus einem Sicherheitsmantel und einem Mechanismus, dem Sicherheitsring. Wenn nun dieser Sicherheitsring abgerissen wird, explodiert die Handgranate und zwar innerhalb von fünf Sekunden. Tja, ich hätte diese Granate eigentlich schon längst wegwerfen müssen. Okay, lasst uns weitermachen. Hier ist eine andere Granate und jetzt werden wir lernen, wie man diese Granate wegwirft. Zunächst nimmt man sie in die rechte Hand, alles klar, und dann zieht man mit der linken Hand den dort befindlichen Sicherheitsring ab und dann wirft man, verstanden? Los, Petersen, mach das mal vor, zeig es uns. Ja, genau, mit der rechten Hand nehmen, schön festhalten und dann, und dann mit der linken Hand abziehen und dann werfen, ja. Hm, wohl Linkshänder, wie? Ei, 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 Mann. Von sowas wollen wir uns aber nicht abschrecken lassen. Also, jetzt werden wir diese Granate richtig werfen. Wie ich schon sagte, ergreifst du sie mit deiner rechten Hand und dann, dann ziehst du den hier oben befindlichen Sicherheitsring einfach ab, klar? Dann beugst du dich nach hinten und wirfst so. Oh, ich hab da noch gar nicht, du Idiot. Also gut, jetzt du. Lass uns mal sehen, wie du das machst. Festhalten, dann mit der linken den Sicherheitsring rausziehen, genau so und werfen. Vollkommen bescheuerten Trottel. Ich meine, muss ich denn in meinem Camp alles selbst machen? Gut, dann tue ich das eben. Ich werde die Granate selbst werfen, ihr blödhirnigen Affen. Ich halte die Granate in meiner rechten Hand, ja? Und dann ziehe ich mit der linken den Sicherheitsring heraus und dann werfe ich sie. Ich, 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 äh... Ich, 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 ich